Kann er halten, jawohl, 1-0-8-0-2, mit 1-0-8-0-2 klassiert er sich auf dem dritten Zwischenrang. Da kommt ein weiteres Team jetzt, Moulinier Jan, Matthias Julien, Moulinier Jan, auch er Mitglied von Swiss Sliding, gestartet im Europa-Cup dieses Jahr. Moulinier gestartet. Fünf, neunundzwanzig die Zertarzeit, da liegt der Zwölfhundertstel zurück hinter Michael Vogt. Auch er kommt aus der Leichtathletik, wie so viele. Und im Europa-Cup durfte er doch einige respektable Plätze herausfahren. Neunter Platz, zehnter Platz jeweils in Innsbruck dieses Jahr. Und auch er ist sicher ein Kandidat für das Podest, verliert 49 Hundertstel auf Michael Vogt. Kommt jetzt hinunter, immer noch 67 Hundertstel Rückstand hinein in die Martino. 138,37, 86 Hundertstel Rückstand. Und das heisst, er kann den dritten Platz, den dritten Zwischenrang erfahren mit 1,0793.